Herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video richte ich mich speziell an Schülerinnen und Schüler, jetzt in dieser Zeit des Coronavirus. Viele arbeiten von zu Hause und einige sollen da in Microsoft Teams arbeiten. Einige sind schon toll unterwegs, aber manche haben da vielleicht noch Schwierigkeiten sich da zurechtzufinden. Ja, Microsoft Teams, was ist das? Da geht es um Austausch von Informationen, Dateien, Aufgabenstellungen für euch von den Lehrern und Lehrern. Und damit man bei Microsoft Teams mitmachen kann, braucht man eine E-Mail-Adresse und einen Zugangscode, den du von der Schule bekommst. Das heißt, wenn du eine Schule da mitmach, wie zum Beispiel alle österreichischen Bundesschulen, dann hast du Zugang zu diesen Microsoft Teams. Du gehst auf die Webseite, ich bin hier im Firefox, schaut aber in Google Chrome, Safari und so weiter gleich aus, gehst du zu www.office.com und gehst dann entweder hier oben auf Anmelden oder hier, klickst auf Anmelden und gibst dann die E-Mail-Adresse ein, die dir von der Schule zur Verfügung gestellt wurde. Ich gebe jetzt einmal meine ein und du solltest dir natürlich dann deine eingeben. So, ich habe jetzt meine E-Mail-Adresse eingegeben und jetzt geht es weiter. Ich gebe da mein Kennwort ein. Wenn du das das erste Mal fragst, wirst du dann vielleicht gebeten werden, dass du da deine Telefonnummer bekannt gibst, damit, falls du dein Passwort vergessen solltest, dir dann ein neues Passwort auf dein Handy geschickt werden könnte. Jetzt habe ich das eingegeben, gefahrenmelden. Jetzt werde ich gefragt, ob ich angemeldet bleiben möchte, jetzt sage ich einmal in dem Fall Nein. Und jetzt komme ich zu der Startensicht von Office 365, das hieß das hier oben und da habe ich dann mehrere Möglichkeiten und eine der Möglichkeiten, eben Word Online, Excel Online und so weiter, ist nämlich hier Teams. Ich klicke jetzt hier auf Teams drauf. Alternativ könntest du auch hier links oben hergehen und hier dann Teams auswählen. Ich mache das jetzt aber hier, klick auf Teams. Je nach Internetgeschwindigkeit, Serverauslastung dauert es mal mehr oder weniger lang. Was habe ich hier? Ich habe hier gleich einen Überblick, wie es jeder Schüler sieht, wenn er einsteigt. Jeder stimmt auch nicht, sondern je nachdem, welche Teams du von den Lehrern zur Verfügung gestellt bekommen hast. Was heißt Teams? Teams entspricht im Prinzip so einer Klasse oder einem Kurs und zu jedem Team gehören dann wieder entsprechende Kanäle. Ich habe hier mehrere Teams und wenn ich mir dann zum Beispiel in einen Team hineinschaue, zum Beispiel hier in den Team 2020 4D, AHS TXW, klicke ich einmal hinein, dann sehe ich hier auf der linken Seite zwei sogenannte Kanäle. Das heißt, jede Lehrerin, ihr Lehrer kann da mehrere Kanäle hineingeben. Zum Beispiel könnte man für eine erste Lektion in einem Englischbuch einen eigenen Kanal hineingeben und dann auf der rechten Seite Materialien, Beiträge und so weiter, auf der Aufgabenstellung hineingeben und dann beim zweiten Kanal dann wieder andere Dinge dann hineingeben oder Dateien hinterlegen. Ja, dann zeige ich dir mal wahrscheinlich gleich, wie ich nochmal zurückkommen kann zu der Ansicht, wo ich dann alle Teams sehe. Ich klicke hier auf alle Teams und habe wieder all diese Teams hier dementsprechend dann zur Verfügung. Ich fange jetzt einmal so an und stelle mir vor, wie kannst du Kontakt aufnehmen zu deinen Lehrern? Da kannst du hier oben hingehen, auf Suchen oder Befehle eingeben steht hier und dann gibst du den Namen deiner Lehrerin deines Lehrers ein und dann wird dir das gleich eingeblendet. Ich gebe einmal meinen ein. So, ich habe meinen Namen eingegeben, dann wird mir das hier angezeigt. Ich gehöre dann dieser Schule an und jeder Schüler, der es hier in Markus Hopp jetzt eingibt, bekommt ihn dann angezeigt. Sofern du an meiner Schule bist, klicke ich hier drauf und bekomme dann hier in diesem Fenster dann aber Dinge angezeigt. Ich bin nämlich jetzt gleich in einem Chat drinnen. Beim Chat könnte ich jetzt hier, wenn ich es reingeschaltet habe, hier ein Videotelefonat mit dem Lehrer machen oder könnte hier einen Anruf machen, also einen Audioanruf. Also hier wird rein sprachlich angerufen. Darüber hinaus kann ich dann da herunter hier noch weitere Dinge machen. Ich könnte jetzt hierher gehen, hier bei Einfügen, das kennst du vielleicht von E-Mails, kann ich in der Detail anfügen, die ich dann später mit einem kleinen Kommentar, mit einem Text dann hier über das Versenden-Button an den Lehrer dann schicke. Da könnte ich dann eine Anfrage. Können Sie mir helfen bei dem Arbeitsblatt zum Beispiel oder bei dem, was ich gesehen habe, könnt ihr Smiles hinzufügen und so weiter. Könnt ihr dann eine Besprechung planen, also könnt ihr ihm dann einen bestimmten Termin zum Beispiel dann auch dementsprechend dann vorschlagen. Das heißt, da funktioniert es sehr gut. Ich schreibe etwas hinein, hänge hier vielleicht etwas an, smile oder was auch immer und gehe dann hier auf Abschicken oder hier Videotelefonat oder ich rufe hier dann an den Lehrer. Dann könnte ich hier nachschauen, welche Dateien habe ich zum Beispiel mit dem Lehrer schon einmal ausgetauscht, nämlich während des Chats. Das ist glaube ich ganz wichtig. Da könnte ich dem Lehrer während des Gesprächs etwas freigeben. Das habe ich ja momentan jetzt hier in dem Fall noch nicht gemacht. Also das wäre hier mal eine Chat-Möglichkeit, die es gäbe. Als nächstes möchte ich hier zeigen, was ist zum Schluss passiert, was ist gerade in letzter Zeit passiert. Ich gehe jetzt mal da links ein bisschen runter, ich war gerade hier beim Chat. Dann gehe ich hier zur Aktivität und sehe dann hier, was hier so alles passiert ist, welche Ereignisse waren, was ich geschrieben habe, was mir vielleicht Leute aus dem Teams geschrieben haben, über die einzelnen Kanäle, unterschiedliche Lehre und so weiter, habe ich hier eine kurze Zusammenfassung, wie du es vielleicht auch von einem E-Mail-Verzeichnis ja dementsprechend dann auch kennst. Und als nächstes gehe ich jetzt hier mal in die Teams-Übersicht. Und da habe ich hier ein letztes Team hier, das ich hier schon mal geöffnet habe, angezeigt. Ich gehe nochmal hier auf alle Teams. Also da oben kommst du immer zurück, wenn du bei Teams bist und da dementsprechend hier dann die entsprechende Übersicht. Ja, ich habe da schon gezeigt, dass jedes Team im Prinzip ein Gegenstand, ein Kurs entspricht, dass jeder Team aus einem Kanal besteht. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie es ein einzelnes Team ausschauen kann. In dem Fall mit einem einzigen Kanal. Ich gehe jetzt mal da hinein. Und dann sieht man, dass ich hier auf der linken Seite einen Kanal habe, der heißt allgemein. Also keine zwei Kanäle und habe dann hier verschiedene Ansichtsmöglichkeiten. Hier ist der Name des Kanals, allgemein. Dann habe ich hier Beiträge, zum Beispiel was hier zu machen ist, Workbook und so weiter. Bestimmte Aufgaben. Wenn ich hier auf View Assign gehen würde, dann hätte ich hier die Möglichkeit hier dann auch etwas abzugeben. Das heißt, wenn ich auf View Assign gehe, gehe ich dann mal hinein, dann kann ich hier dann etwas hinzufügen. Das heißt, ich sehe hier schon mal, was ich machen soll. So Workbook Page 68 bis 69 durcharbeiten. Und soll dann hier das, was ich dann gemacht habe, vielleicht ein Foto vom Schulbuch, das ich gemacht habe, könnte ich dann hier über Arbeit hinzufügen, dann hineingeben. Wie das geht, zeige ich dir gleich einmal. Ich gehe auf Arbeit hinzufügen. Dann geht das hier auf. Dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, was zu hinterlegen. Ich habe vielleicht einen OneDrive Ordner. Das habe ich einen anderen Video schon einmal gezeigt. Das heißt, es gibt auch so einen Cloud Speicher. Da könnte ich hier direkt auf meinen Speicher zugreifen. Ich könnte aber auch dann eine neue Datei erstellen. Hier mit Word Online zum Beispiel. Ich klicke jetzt hier mal auf Word, gebe dann einen Dateinamen und könnte das dann erstellen. Oder was ich jetzt aber gleich machen werde, ist nicht hier einen Link zu hinterlegen. Da könnte ich einen Link zum Beispiel zu meiner Webseite, wie Lern.at jetzt hier hinterlegen. Nein, ich mache von diesem Gerät hier hochladen. Das heißt, eine Datei, die ich auf meinem PC, auf meinem Laptop gespeichert habe, kann ich hier raufladen. Vielleicht dann fertig bei Arbeit. Das ist ein Abelblatt oder ein Foto. Gehe jetzt hier rein, mache Test-Doc. Dann wird das jetzt so hochgeladen. Klicke auf Fertig und schon habe ich dann hier in diese Aufgabenstellung hinein diesen Text dann hereingeladen. Wenn ich jetzt draufklicken würde auf Abgeben, würde beim Lehrer dann angezeigt werden, dass ich als Schülerin und Schülerin diesen Text dann abgegeben habe und bin dann praktisch fertig. Wenn es in meiner Aufgabe jetzt mehrere Dateien könnte, könnte ich hier mehrere hinzufügen. Ich kann es aber auch hier löschen. Das mache ich jetzt hier. Ich habe jetzt hier meine Aufgabe mal da gelöscht. Das heißt, ich bin hier jetzt hier gerade im Kurs drinnen, im Kanal allgemein. Da kann man hier Beiträge zum Beispiel anschauen, die hier waren. In dem Fall sind aber in einem Kanal mehrere Aufgaben dabei. Das ist das View Assignment. Geht er jeweils hinein und kann dann Sachen dementsprechend dann heraufladen. Manchmal wirst du hier auch dann Dateien sehen, die dann auch bestimmte Aufgabenstellungen hinterlegen. Also hier zum Beispiel würde ich auf diese Datei draufklicken, könnte sie dann zum Beispiel herunterladen auf meinem PC, könnte etwas ausfüllen und könnte sie dann wieder hier in einem View Assignment heraufladen. Ich muss aber nicht nur herunterladen, sondern kann diese Word-Datei zum Beispiel auch hier im Browser öffnen. Also wenn ich hierher gehe, dann wird diese Word-Datei geöffnet, hier in Word Online. Das heißt, du siehst, ich bin hier im Internet. Es wird nicht heruntergeladen. Ich kann hier dann arbeiten und kann diese Datei dann auch mir anschauen. Ich mache das jetzt hier zu. Gehe dann zurück. Wenn du am PC arbeiten möchtest, dann würde ich dir empfehlen, am Laptop dann auf herunterladen. Dann kannst du etwas verändern, ladest es dann vielleicht auch dann wieder rauf. Das wäre so eine Möglichkeit. Dann gehe ich hier in den Bereich Dateien hinein und da habe ich einen Überblick zu all den Dateien, die hier in diesem Kanal hier heraufgeladen wurden. Und da bin ich hier im Kanal allgemein und da könnte man das sehen, wenn es hier ein Kursnotizbuch jemand was ausgefüllt hätte, hätte ich hier wiederum die Möglichkeit. Und ich kann mir hier wiederum hergehen und kann man dann die Aufgaben anschauen, die vielleicht schon abgelaufen sind, wo ich noch etwas Zeit habe, das zum Beispiel zu machen. Und da unten zum Beispiel könnte ich dann schauen, okay, was habe ich dann schon erledigt, was habe ich dann schon bestätigt. Das würde dann hier zum Beispiel dann angezeigt werden. Wenn die Lehrer oder Lehrer dir Noten vergibt über das Teams, dann siehst du hier dann die entsprechenden Beurteilungen von deinen Arbeiten. Gut, dann waren wir hier bei den Aufgaben. Es gibt dann hier die Möglichkeit, wie gesagt, dass du in diesem Kanal alle dementsprechende die Aufgaben anzeigen lassen kannst. Du kannst aber auch dann hier herausgehen. Gehen wir noch mal zu alle Teams. Und du gehst dann hier auf Aufgaben und du siehst dann hier wieder all deine Teams angezeigt. Ja, also da triffst du noch gar nicht die Auswahl, ob du einen bestimmten Kanal möchtest. Ich gehe zum Beispiel jetzt hier auf Englisch, klicke auf Weiter und bekomme dann wieder genau diese Aufgaben angezeigt, die ich dir vorhin schon gezeigt habe. Also Aufgaben rufst du auf über Aufgaben. Ja, geht es mal hier her, dann könnte ich mir wieder einen anderen zum Kurs zum Beispiel wählen. Oder du gehst hinein unter Teams, bekommst dann all deine Teams angezeigt mit den entsprechenden Kursen, mit den entsprechenden Kanälen, sagt man ja da bei Teams und kannst dann, wenn du hier jeweils draufklickst, kannst du hier auf Aufgaben gehen und kannst hier wiederum die entsprechenden Aufgaben dir anzeigen lassen. Dann habe ich dir schon gezeigt, wie du die Aufgaben dann erfüllen kannst. Das heißt, du gehst dann hinein zum Beispiel hier, ladest hier dann die Arbeit dann zum Beispiel dementsprechend dann auch herauf. Jetzt vielleicht zum Schluss noch das Vorletzte, du gehst auf Dateien. Es ist nämlich die Frage, wie kann man den Dateien teilen? Wie kann man sie weitergeben? Du gehst zum Beispiel hier zu dieser Datei, wählst dann herunterladen. Ja, gibst dementsprechend dann hier die Möglichkeit, dass ich zu einer bestimmten Datei dann herunterlade. Gehe ich einmal hier, nehme ich einmal die Datei, gehe auf herunterladen, suche dir das Verzeichnis aus. Ich könnte hier Word öffnen mit Word zum Beispiel nehmen oder dabei speichern und da könnte ich hier zum Beispiel hier bei mir im Windows Explorer, das ist die da da abspeichern und die dann per Mail zum Beispiel auch weiterleiten. Das wäre einmal eine Möglichkeit. Und last but not least, eine andere Sache, auf die ich da hinweisen möchte, das ist hier der Kalender. Da kannst du deinen eigenen Kalender hier anlegen, beziehungsweise wenn dir die Lehrerinnen und Lehrer hier Termine vorgeben, siehst du sehr schön, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dann zu machen ist. Und wenn du hier rechts oben schaust, steht Besprechung. Du könntest zum Beispiel dann in deinem eigenen Team, wo du dann dabei bist, ich mache das mal hier für den zweiten zum Beispiel, klicke ich hinein und könnte es hier zum Beispiel hergehen und könnte es hier suchen nach bestimmten Teammitgliedern. Ich gebe jetzt wieder den Namen eines Lehrers ein. Das wäre jetzt zum Beispiel würde ich als eine Schülerin, würde mich zum Beispiel hier in dieses Team dazunehmen, würde dann ebenfalls vielleicht noch andere Schüler dazunehmen, würde dann hier einen Termin ansetzen zu einer bestimmten Uhrzeit und alle würden dementsprechend dann verständigt werden. Man kann es auch über den Kanal machen. Das heißt, man würde sich ja dementsprechend dann einen Kanal dann aussuchen, ein Team aussuchen und könnte dann einen bestimmten Kanal sich dann aussuchen, wie zum Beispiel hier bei 4C, DAH, SPSP allgemein. Man könnte dann all die, die an diesem Kanalkurs teilnehmen, könnte man dann ebenfalls einladen, neben lernen und so weiter. Und da schreibt man kurzen Text dazu, klickt auf Senden und die Besprechung und der Termin sind auch dementsprechend schon festgelegt. Ja, und wenn du das dann gemacht hast natürlich, das mache ich in dem Fall schließt, ich mache keinen Termin, ich verwerfe das hier. Und wenn du mit Microsoft Teams fertig bist natürlich, dann kannst du hier wieder hergehen. Alles wird gespeichert, das ist ja das lustig oder praktisch an solchen Cloud Anwendungen. Da könntest du jetzt hier hergehen, mach diesen Tab hier einfach zu und nicht vergessen sich ab ausloggen, dann hier über abmelden und deine Arbeit ist dann hoffentlich beendet und du kannst dann das nächste Mal dann gut weiterarbeiten. Gut, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder beim nächsten Video. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.